ich mache den nervigen windgegner ich glaube es kann sein dass meine waffe ich weiß nicht aber ich möchte den nervigen windgegner weil den gegner sind immer nervig so und naka verliert so wiegelt mein vogel naka sagt was ich kriege zwei punkte chance punkte mehr das ist immer cool was nützt du kannst weiter muss ja auch nicht jeden gegen das oder in jede ecke rein springen muss eigentlich nur ganz linear nach rechts laufen ich bitte also das video von naka wenn ich unbedingt ansehen ist ganz gut ist aber ich mag das muss ganz ehrlich sagen es macht sehr viel spaß ich habe ihn gesichtet und gefunden zur erklärung was die fangs sind wenn man volle lebensarzeige hat und dann ein bisschen heilung einsammelt dann fühlt sich ein bisschen auf und wie kann man dann weil man möchte gebrauchen um sich zu heilen davon gibt es hier im spiel und sie sind sehr praktisch und ich habe einen ich habe in zwei jahren zwei und ich habe ihn schon gesehen aber komm ich glaube ich habe hier als spiel vertreten habe ich jetzt peter peter ach komm ich habe ihn gezwungen ich habe dir das nur als rat gegeben und ich habe ihn gezwungen stage ist leicht ich mache hier gerade was mit männer muss ich plattform springen machen ich habe immer bei den endstages verkackt war auf dem playstation das heißt du hast immer noch ich habe noch zwei leben oder nochmal extra leben eingesammelt was was ist das ist das ist ja kein roboter gibt es ein paar stages brauchen nur eine begrenzte zeit lang das sind alles nach oben und jetzt bin ich beim ach so zu damit du es weißt du bist erst beim boss wenn du durch so eine komische tür geht es mit drehverschluss dann ist es mein boss ja ich bin schon beim dritten was jetzt warum das geht nicht wenn man er mit leben stormy was kann er schweißer die kinder nach mir versuche ich auf der stage zu schubsen der windgegner ist schrecklich anzeigen oder drei lebenden drei striche ist das bedeutende megaman wenig kannst du die gegnerin wolle aus tanken ja mehr leben als zu sagen sie irgendwann hast du waffen die effektiv sind die haben vielleicht irgendwelche effekte auf die gegner also eine effektive waffe ich hatte glaube die man von dem gegner kriegt habe ich die effektiven gegner gefunden und sie hat ihn immer eingefroren so was sie wollen doch nicht verarschen hier gewonnen der boss fertig der fluggegner beim ersten drei mega basta ohne hast du gewonnen ich habe den storm tornado nein ich bin tot auch bleibt jetzt ich habe gesagt dass ich mich hier die spielen noch mal feuer gegner sieht das hier aus also wasser ich probiere den ja mal sehen ob wind gegen feuer effektiv ist ich habe hier noch nützlichen tipp für dich das habe ich gerade mal gemerkt dass es doch in diesem teil hier ist wenn du den pinguin besiegst wird eine andere stage später leicht ab weil dann ist ja alles eingefroren und du musst nicht durch über lava springen also du kannst einfach überall durch gehen und hier ist ein secret da komme ich später hin ich habe extra leicht nicht aufzuhalten leben zum create hey schön vor allem das schöne an dem spiel kommt der öffnen aufgelöst so andere waffen langsam werde ich besser zum pinguin nieder einfach besiegt kommst du zum ersten boss diesmal bin wie ich ihn wenigstens hast du schon einmal gekämpft also nacka ich glaube ich mache mir so als persönliche challenge heute so weit hinten liegt dass ich einfach mal versuche die teile zu sammeln für megaman außer es hat du kannst ja immer noch aufbauen vielleicht kriegst du sie ja vielleicht hast ja die idee ich glaube ich glaube ich bin ein leben gegen den boss gewinnt so trotzdem zu sterbe auf ja also ein strich leben ja nacka wieso hast du immer so leben hast du noch ein extra leben ich bin hier niemals wenn du stirbst kommst du mit vollem leben in dem boss vorraum es gibt Leute die schaffen alle gegner im megaman ohne einen treffer aber so eine ich hab doch keine intro stage ohne treffer du nicht mal die intro stage ohne game over nein 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 kann doch kaum was ja bei bossen ist gut immer mit aufgeladenen schüssen drauf zu ballern weil du triffst sie nur einmal mal dann sind sie für kurze zeit unverwundbar also schnell schießen bringt nichts vom großen meister ja ich bin optimistisch das nacka schafft 4 1 dann würde es dann stehen los mäßig also elektrizität würden ich probier mal wind ob ich vielleicht seine flamme ausblasen kann haha er macht schaden ja ich hab noch ein effekt zu spät gefunden boah ich bin nach oben ich bin wieder tot nein hilf's nicht ich hab schon 2 leds upgraden ich hab wieder gewonnen also ich gebe dir mal einen tipp wenn du den gegner jemals besiegt kannst du schon mal sagen wessen stage du als nächstes machen solltest weil dann die waffe effektiv ist dann ist der boss weiß ein bisschen leichter aber erst wenn du es geschafft hast ja so als auswahl ich mag er du kannst an den wänden die ganze zeit springen und weil da kannst du ein bisschen in der luft bleiben so wenn du immer an den wänden immer walljump machst so als tipp hab ich gemacht auf jeden fall war immer mit dem aufgeladen schaum durchballern sobald ich start und macht schnell schuss jetzt kommt meine angebote ich habe hier was in der stage gesehen nein 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 weil ich gehe jetzt mal gucken nach einer bonus-sache ich werde es bestimmt im regel video gesehen haben also ich kann es nur empfehlen das video zu sehen auch wenn ich mit dem spiel durch bin muss ich dabei bleiben und das macht das ist auch nur als gast ich muss mich mit aufnehmen vielleicht jetzt bleibe ich da megaman x2 noch nebenbei ja auch nicht du mir dann auch noch sagen racepartner und dann weiß ich das noch will packt mein letzter live ich darf nicht verlieren vielleicht solltest du mal einen anderen boss machen wenn der so viele Probleme gibt der flamm gegner war leicht der flamm gegner war leicht und der hat eine effektive waffe gegen den pinguin aber war das das problem eine schwere stage wenn du erst den flamm gegner und dann die pinguin machst die fahrt ich war richtig ne egal ich habe fast immer tot gesprungen jaaa für dich ach es geht ja nur um spaß hier der spremt grad um der gegner werdet um geld wenden sollen die ganze zeit reist die ganze zeit reist hat sich das ja und was macht er denn mach ich diese eil starten ja einfach ganz schnell die schuss tasten wenn du ihn anschließt wenn du ihn anschließt das ist die andere flammen haben wir vorhanden was bist du was ist denn hier was hab ich gefunden ey also wenn ich hätte fehlt das flammlevel wo ich mach mal aus ich will weil er kriegt eine effektive waffe gegen den pinguin ich hab's ding chameleon weil er macht storm eagle den vogel der witz mit der normalen ah ah upgrade teil gefunden danke also wenn du fragen hast bei sting chameleon gibt es eins gibt es ein upgrade eins was dir gefallen wird da kriegst du nur die hälfte an schaden weil da wo es in die höhle reingeht musst du nach oben springen und da ist ein mini boss und wenn du den besiegt einfach bei mir dann kriegst du eine rüstung und dann kriegst du nur noch die hälfte an schaden also hält es doppelspiller aus ja auch so lecken das spiel ist für uns schwer genug ich komme ich da nach oben hallo naja spielte koreaner modus das ja ja das was ich habe sogar einen helmen gefunden mit dem kann ich als secret sehen und ich kann mit dem kopf stein stein kann ich auch noch nicht besiegt was muss hier am kopf treffen also sehr praktisch dafür war jetzt auch hier hoch und ich bin ein buch geschaffen du machst das jetzt hier durch ja ich hab nur 4 ok das können wir machen aber so lange ich bis ich fertig bin ich habe keine Ahnung warum finden wir raus rums vielleicht ne nein ich kann dir leider in sich helfen genau kämpfen ja der grund zu aktivitäten ich kann die anstrengung so an einem computer also an der internet leitung liegt es nicht skype läuft so ich bin jetzt doch ich mach weiter doch so ich bin jetzt wieder da wo ich auch klug hier und tot funktioniert ich habe sie gleich bei dem naja soll ich mach mal bei mir eben auch noch mal weiter weg und steig ich nicht mehr ist ein muss ich die städte kamen ja hey wieso wieso wieder hör auf weg nicht rum ich habe es gerade bitte nicht bitte nicht bitte nicht Ich hab doch alles gerade weggemacht. Was? Oh, komm schon. Ehrlich? Wirklich? Oh, komm schon. Sorry, dass ich ein bisschen leise bin. Aber ich muss hier jetzt irgendwie klar. Wenn mein P10 mal mitmachen würde hier. Ich bin schon wieder da. Okay, ich beende meine Abnahme. Und hier auch. Bis Dark Zero okay ist. Ich hab schon beendet. Ich bin schon wieder da.